hallo freunde hier ist euer holy diver mit let's play war sonder mit judo tv nein echt der judith war uns wieder dabei kann ich mir gar nicht vorstellen du bist der wie heißt er der bad tandy oder wie heißt er el bandy und ich bin humor simpson ich finde als kompliment ich habe es gerne früher geguckt ja ich auch schreibt doch mal in die kommentare liebe leute was früher als ihr früher so alles angeschaut habt ja auch interessant ja gut es kommt immer darauf an ich habe das als kind schon gesehen obwohl das keine kinder serie ist eigentlich in den sünder war man hat ja damals wirklich nur ein fans damals gab im wohnzimmer da gab es noch keine hier kinderzimmer fernsehen und so alles was meine einzige schwarz-weiß serie war war zwei zimmer die monsters und das ist das war der vater war frankenstein ach ja ja der opa war dracula ja ja ich weiß ich schon was du meinst ja und die habe ich früher angeschaut als kleiner hosen scheiße die monsters hatte ich sogar das spielzeug das auto von denen ja jetzt muss man überlegen habe ich dir auch gehabt was von denen ich bin mir sicher ich will auch nichts falsch erzählen ich hatte von denen auch irgendwas mal gehabt aber was das ging auch noch richtig ach die hatten wir schon mal die map aber es ging auch ewig die serie die haben sie damals noch mal wieder neu gemacht mit fahrer auch wieder brauche ich mit farbigheit um die meine 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 ich brauche die punkte wieder immer meine meine da steht das das ist eigentlich schneller wenn wir zu zweit hier stehen klar ein bisschen ich glaube wir würden das nicht hinkriegen ich guck mal allerdings du guckst nach rechts er weiß schon wieder nichts eingenommen wird aber da war da war da war da nicht gleichzeitig um gottes willen frau ist es bloß nicht hier kaputt hat er jetzt ja guck mal wir können euch mal weiter einnehmen ist schon wieder irgendwas habe ich mir schon gedacht habe ich mir schon gedacht ist heißt ich muss vorrücken muskatnuss der müller muskatnuss ich suche auch gerade schon ab wo das sein könnte es schon kaputt oder ich mache hier ein völlofanzer er kommt zurück sonst kriegst du keine punkte ach ja hallo freunde in meiner letzten folge zwölf ist es leider durch eine kleine störung von meinem aufnahmeprogramm nicht der schluss aufgenommen worden aber keine sorge ich und der judo haben gewonnen und deswegen nenne ich auch die folge panzer brüder starten durch aber trotzdem viel spaß mit der nicht so vollständigen folge keine sorge ich werde aufpassen dass es demnächst nicht wieder passiert sowas kann mal passieren eine kleine störung aber ist ja egal hauptsache ihr habt spaß daran uns zuzuschauen